Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir vom ViewModel Daten in der View anzeigen. Und diesmal schauen wir uns an, wie wir mit Aktionen, also Backenklicks und Ähnlichem umgehen. Hallo, willkommen zurück zum MVVM und WPF Praxis Tutorial sozusagen, die kleine Einführung. Und was wir schon gehabt haben, ist Data Binding im letzten Video, wie findet die View zum ViewModel und wie funktioniert das Data Binding mit Eigenschaften und dem I Notify Property Change, damit die Binding Engine auch weiß, wenn sich etwas aktualisiert hat. So, so weit, so gut. Doch jetzt, wie gehen wir mit dem Thema um, wenn wir nicht vom ViewModel Daten anzeigen wollen, sondern wenn in der View eine Aktion geschieht, wie zum Beispiel eben ein Button-Klick oder auch ein Tab-Switch oder irgendwas, was der User sozusagen macht. Eine Aktion, die der User auslöst und wir wollen im ViewModel darauf reagieren können. In klassischen Windows-Forms hätten wir hier einen Event-Händler. In MVVM funktioniert es einen Tick anders und dazu ziehen wir einfach mal einen Button rein. Also natürlich geht das auch mit Event-Händler, nur wollen wir das eben nicht. Also ich ziehe mal einen Button rein und nenne den Button Clear, also den Text davon. Und was es jetzt gibt, ist ein sogenanntes Command-Binding. Natürlich könnte ich auf das Click-Event reagieren, aber bei MVVM, wenn man das richtig macht, macht man ein Command-Binding. Und ich spare mir jetzt die ganzen Evolutionsschritte, wie man dann einzelne Commands macht und wie man dann verhindert, dass man sozusagen für jeden einzelnen Button ein eigenes Command braucht, sondern wir machen es gleich mit dem Delegate-Command oder Relay-Command, wie das immer genannt wird, denn das ist das Command, das dann schlussendlich immer gebaut wird. Und wie gesagt, die Zwischenschritte, die lassen wir jetzt mal weg. Also wir machen hier ein Delegate-Command. Und dieses Delegate-Command wird eine Klasse, die uns sozusagen die Benutzerinteraktionen entgegennimmt und dann irgendeinen Code ausführt. Und zwar den Code, den wir gerne hätten. So und ich nenne es deswegen Delegate-Command, weil es mit Delegates arbeitet. Delegates gibt schon einige Videos in anderen Bereichen, aber hier einfach nur mal verwendet. Also wir haben, damit das Command-Binding funktioniert und das Command-Better, müssen wir ein Interface implementieren, und zwar ein Interface i-Command. So, das kennen wir noch nicht. Mit STRG.ENTER den Namespace inkludiert, mit STRG.ENTER das Interface implementiert. Und dieses i-Command erwartet jetzt von uns drei Sachen. Eine Execute, eine CanExecute sowie ein Event CanExecuteChanged. Das sind die wesentlichen Methoden, die wir hier haben. Und wenn wir es haben, dann können wir sozusagen das Kommando ausführen. Die Sache ist, die CanExecute liefert uns, ob das Kommando überhaupt bereit ist, ausgeführt zu werden. Liefert diese Methode False, dann ist der Partner zum Beispiel deaktiviert. Execute ist jetzt die Methode, die ausgeführt wird, sobald der Partner wirklich geklickt wurde. Und jetzt gibt es natürlich Varianten, wo ich sage, okay, der Partner ist nicht klickbar, weil eine bestimmte Bedienung nicht erfüllt ist, aber wenn die Bedienung erfüllt ist, dann wäre er klickbar. In diesem Fall, also zum Beispiel hier oben, gibt es einen rückgängigen Partner, den kann ich klicken, den Redo nicht. Ich kann jetzt sagen, rückgängig, jetzt ist die Bedienung erfüllt, dass etwas sozusagen im Stack ist, und ich kann ein Redo machen. Und damit die Binding Engine jetzt wieder weiß, dass sich etwas Wesentliches geändert hat, gibt es diese CanExecuteChanged. Also wenn dieses Event aufgerufen wird, dann evaluiert der Button, oder wer auch immer dieses Command bindet, diese Methode neu und überprüft neu, ob diese True oder False liefert. Und wenn sie nun True liefert, ist der Button entsprechend aktiviert. Okay. Das sind die drei Sachen, die dieses Command vorschreibt. Und wir wollen jetzt ein Delegate-Command machen, wo wir die eigentliche Implementierung extern setzen können. Also wir haben hier diese drei Methoden, die müssen wir auch ausführen, aber die konkrete Methoden-Implementierung ist für jeden Button natürlich einen Tick anders, oder auch wesentlich anders, und deswegen lagern wir das in ein Delegate aus, beziehungsweise in zwei Delegates. Also, wir machen ein Read-Only-Action-Object-Execute. Also dieses Execute-Delegate ist ein Action, weil es void liefert und bekommt ein Object als Parameter, um diese Methode hier abzubilden. Ja, und das machen wir gleich mal. Ja, und das machen wir gleich mal. Nis-Punkt-Execute-Frage-Zeichen-Punkt-Invoke mit dem Parameter. Ja, wir rufen das Delegate auf, die Methode, die sich hinter dem Delegate verbirgt, sofern diese nicht nah ist, und geben diesen Parameter mit. So, die zweite Methode wäre ein Read-Only, liefert ein Bool und bekommt ein Object, das wäre, wenn es ein Bool liefert, ein Predicate-Object-Can-Execute. Ja, und auch wir machen mit der entsprechenden Implementierung. Wir sagen, this-Can-Execute-Frage-Zeichen-Punkt-Invoke-Parameter, und alles ist wunderbar. So, diese zwei Eigenschaften, oder diese zwei Variablen müssen wir natürlich auch setzen können, dass, dazu bietet sich der Konstrukt an, Delegate-Command, einmal nur das Execute, falls wir nie eine Bedienung brauchen, Execute, und einmal ein Public Delegate-Command mit dem Predicate-Object-Can-Execute, beziehungsweise Action-Object-Execute. Da machen wir ein bisschen die moderne C-Sharp-Implementierung. This-Can-Execute, und this-Punkt-Execute ist gleich Can-Execute und Execute. Ja, wir schmeißen da schnell in einen Tuple rein und lassen es dort ausführen. Ja, hier rufen wir einfach den zweiten Konstrukt auf, also mit, ähm, das mit Null und Execute, den wir hier bekommen. Also, dieser Execute wird hier, äh, dieser Konstrukt ruf diesen Konstrukt auf, erst Can-Execute wird Null und Execute wird dann übergeben, was auch immer hier reinkommt. So, wunderbar, so, was haben wir hier? Buh, ja, wenn das Ding natürlich Null ist, dann muss es immer True-Returnen. Also, wenn es nicht geht, wenn diese nicht gesetzt ist, äh, dann soll Can-Execute immer True zurückgeben, damit der Partner auch immer aktiv ist. Ich habe ja sozusagen keinen Filter. So, eine Kleinigkeit brauchen wir jetzt noch, und zwar, äh, Events können ja nur innerhalb der Klasse gefeuert werden, ähm, daher müssen wir eine Möglichkeit schaffen, um auch diese, ähm, ja, dieses Event auszulösen. Also, machen wir eine Funktion, Rays Can-Execute Changed. Und diese sagt, Can-Execute Changed. Wenn das Irgendwenn interessiert, dann rufen wir das auf mit This und Event-Ax empty. So, dieses Delegate-Command wäre jetzt das Command, wie ihr es in der einen oder anderen Library immer, und in der einen oder anderen Art in jeder Library irgendwo findet, oder euch, äh, äh, selbst, selbst, mal baut. Manchmal heißt es Relay-Command, manchmal heißt es Delegate-Command. Ähm, wozu die einzelnen Teile, habe ich euch hoffentlich soweit ausreichend, äh, erklärt. Dann schreibt es in die Kommentare, können wir sicher noch das eine oder andere klären. Und jetzt sehen wir uns natürlich an, was machen wir mit diesem Command? Wieso funktioniert das jetzt? Wieso brauche ich nur eine Klasse? Und wie funktioniert das dann jetzt mit dem Button, dass da auch irgendwas geschieht? Denn wir haben hier einen Clear-Button gemacht. Wenn ich da drauf drücke, wähle ich ja, dass diese zwei Eigenschaften, diese zwei Werte, in den Textfeldern gecleared werden, und dann natürlich auch durch das Data-Binding der vollständige Name. Das sehen wir uns jetzt an. So, was immer eine gute Idee ist, ist neu kompilieren, wenn wir neue Klassen oder neue Eigenschaften im View-Model haben. Denn durch dieses neu kompilieren, weiß dann auch Visual Studio, was Sache ist. Denn jetzt haben wir den Button hier, und wir haben hier ein View-Model. Und dieses View-Model hatte jetzt dieses First-Name und Last-Name, etc. da. Und das Property-Changed und das Race-Property-Changed, also alles, was wir im letzten Sample gemacht haben. Und jetzt wollen wir unsere Aktion hinzugeben. Und eine Aktion ist jetzt immer so ein Delegate-Command, und zwar als Eigenschaft. Also, wir haben ein Public. I-Command können wir zurückgeben. Oder wir geben auch ein Delegate-Command zurück. Ist egal. Erstmal zumindest. Clear-Command. Get set. Und dieses Clear-Command, das kann ich jetzt, nochmal kompiliert, das kann ich jetzt binden auf dem Button. Und zwar hat dieser Button eine Command-Eigenschaft und hier auch einen Command-Parameter. Diese Command-Eigenschaft, die wollen wir jetzt binden. Create, Data Binding, Clear-Command. Okay. Und jetzt wird dieses Clear-Command ausgeführt, sobald ich auf den Button draufklicke. So, wenn ich euch vorstelle, ihr habt einen Taschrechner, dann wollt ihr vielleicht nicht für alle Zahlen ein eigenes Property-Manker, ein eigenes Command machen. Und dazu gibt es dann den Command-Parameter, wo ihr eben mitgeben könnt, okay, das war die Zahl 1, die Zahl 2, die Zahl 3, die gedrückt wurde. Und dieser Command-Parameter ist immer das, was hier als Object mitgegeben wird. Ja, das müssen wir halt dann casten auf das entsprechende Element. Okay. Gut. In. Jetzt wird es noch nicht funktionieren, denn dieses Clear-Command hat natürlich noch keine Aktion. Da gibt es noch keinen Code, der ausgeführt wird. Das Ding ist sogar noch null. Also, den Konstrukt haben wir gesetzt. Nispon-Clear-Command ist gleich New-Delegate-Command. Und jetzt haben wir eben hier, nicht Delegate, sondern Delegate-Command, die zwei Konstruktoren, wo wir die zwei Delegates mitgeben können, die ausgeführt werden sollen, wenn es passt eben. So, und das erste war, dieses Scan-Execute. Also, er bekommt den Parameter mit und er liefert nur dann True, wenn First-Name oder Last-Name nicht leer sind. Denn wenn es leer sind, dann macht der Clear keinen Sinn. Also, when True, when this, no, not String is null or empty First-Name und not String is null or empty Last-Name. So, das war die erste Implementierung. Und jetzt kommt die zweite, die Execute. Auch hier haben wir wieder ein Object, das reinkommt. Und was machen wir, wenn dieser First-Name oder Last-Name, wenn der User auf Clear klickt, dann gehen wir her und sagen, okay, this First-Name, nicht die Variable, sondern die Eigenschaft ist wichtig, damit auch das Event gefeuert wird, wird leer. Und das Punkt Streichpunkt, das Punkt Last-Name wird ebenfalls leer. Also, wir setzen die Vor- und Nachname-Eigenschaft auf leer. Dadurch geht in den Setter rein und wirft hier wieder das Event, sodass die Binding-Engine dann weiß, okay, Oberfläche neu zeichnen, neu aktualisieren. Und, ja, alles ist super. Gut, schauen wir uns das mal kurz an. Hier ist die Applikation. Ich klicke auf Clear, die Namen verschwinden. Was er nicht checkt jetzt, ist, dass das leer ist und wir eben den Button neu prüfen müssen, dass er deaktiviert jetzt wäre. Aber was geht ist das hier? Ja, das funktioniert. Nur, dass der Partner sozusagen das Event wirft, dass er diese CanExecute, diese Delegate-Methode hier neu evaluiert. Und wo machen wir das? Gut, das machen wir natürlich dort, wo sich Vor- oder Nachname ändert. Eigentlich in allen Eigenschaften, die hier irgendwie verwendet werden. Eigenschaften oder Variablen, ja, können wir auch die Eigenschaften nehmen, ist egal. Aber alle, die wir hier in dieser CanExecute-Funktion sozusagen benötigen, und die sind die Werte, wo wir im Setter dieses Command anweisen, also Clear-Command. Raise CanExecute-Changed. Jetzt hat sich was verändert. Jetzt bitte neu evaluieren. Diese Methode, ja, diese eine CanExecute-Methode, das haben wir auch beim Last Name. Wir brauchen es nicht beim Full Name, denn hier ist sowieso, der ergibt sich automatisch. Ja, und durch dieses Event jetzt, durch diese Methode passiert auch, dass er, ups, jetzt haben wir noch einen Compile-Error auch noch, was die DLL, Moment. Ja, und einen Runtime-Error haben wir hier auch noch. Ja, das Clear-Command ist noch Null. Zum Beispiel ist klar, ich setze vorher die Eigenschaften und erst dann das Command. Das ist keine gute Idee, wenn wir im Setter der Eigenschaft auf das Command ja schon zugreifen wollen. So, also, erst das Command initialisieren, dann die Eigenschaften setzen. Und jetzt sollte es soweit funktionieren, dass wir sagen können, okay, wenn die Werte im Vorname, Nachname trennen sind, ja, dann ist der Partner aktiviert. Ich klicke auf Clear und er ist deaktiviert. Ich klicke wieder hier rein, ich schreibe es rein, er ist wieder aktiviert. Ja, so funktioniert das Command. Also, erstens, wir schreiben uns ein Delegate-Command oder es gibt es in einer Library, die er verwendet. Und jede Aktion, die der User ausführt, ist nun eine Eigenschaft von diesem Delegate-Command-Typ. Und sie bekommt im Konstruktor mit, ob die Methode, ob der Partner aktiviert ist oder deaktiviert und was denn passieren soll, wenn draufgeklickt wird. Und wenn diese Methode neu evaluiert werden soll, also wenn sich irgendein Wert hier drinnen ändert, den ihr in der Kanne gesichert habt, dann nehmt ihr diese Eigenschaft her und schreibt dort, dass es Rays Kannexico Changed. Somit haben wir hier pure Logik und die UI passt sich wieder entsprechend an. Ja, das ist MVVM, das ist cool, das lässt sich nämlich auch Unit testen. Unit testen gibt es auch einige Videos dazu, wer es noch nicht kennt. Viel Spaß beim selber ausprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.